Zerwus, ich bin Anna Amalie Blohmeier. Wenn mir die frische Brise um die Schnute weht, da... Boah, da krieg ich Hunger auf Prümme dacht. Watten ist doch wahr, ey. Dialekte. Ernsthaft? Ja, nee, kann ich nicht. Kann ich halt nicht. Wie soll ich mich denn da jetzt vorstellen? Hättet ihr nicht, weiß nicht, Kampfsport nehmen können? Kennst du deinen Charakter? Tanzen? Nein? Ich kann bayerisch backen. Nein, es mussten Dialekte sein. Ja, ich hab hier und da gewohnt. Aber ich hab die Dialekte nie so gelernt. Ich hab mir gelesen statt gesprochen. Hochdeutsch. Das kann ich. Das kann ich richtig gut. Also wenn ihr lupenreines, glattes, schneidiges Hochdeutsch braucht, da bin ich die Richtige. Anna Amalie Blohmeier. Dialektfrei seit 1986. Ach, und fechten kann ich auch nicht. da, mit sich aufmerksam hierzu aufmeren przyp Und dann brauchst du teens hier.